Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Zeit einer bryonischen Herrschaft und Frankreichs Versuch einer Vorherrschaft in Europa im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Zeit der napoleonischen Herrschaft und Frankreichs Versuch einer Vorherrschaft in Europa Frankreich versuchte von 1799 bis 1815 unter seinem politischen Anführer Napoleon Bonaparte seine Vorherrschaft in Europa durchzusetzen. Napoleon erreichte während der Französischen Revolution 1789 bis 1799 aufgrund seiner militärischen Fähigkeiten in der Armee rasch die Position eines Generals. Er wurde schließlich Diktator des Landes 1799 und krönte sich zum Kaiser der Franzosen im Jahre 1804. Bereits während der Französischen Revolution und dann unter der Führung von Napoleon kam es zu kämpfen, an denen beinahe alle europäischen Länder beteiligt waren. Da die Kriege von den europäischen Mächten in wechselnden Bündnissen, sogenannten Koalitionen, gegeneinander geführt wurden, werden diese als Koalitionskriege bezeichnet. Die zahlreichen militärischen Siege und Eroberungen Frankreichs führten zur Schwächung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, also Deutschlands und damit auch von dessen Kaiser Franz II. aus der Familie der Habsburger und herrscher in Österreich. Zeitgenossen nahmen an, dass eine Auflösung des Heiligen Römischen Reiches bald bevorstand. Einige deutsche Teilstaaten schließen sich zum Rheinbund zusammen und werden französischer Bündnispartner. Der Franz II. auch in Zukunft nach dem Ende des Reiches als Kaiser dem französischen Kaiser Napoleon gleichgestellt sein wollte, ernannte er in den 1800er Jahren, also im Dezember 1804, noch als Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches einen Teil seiner eigenen Gebiete zum Kaisertum Österreich. Das Kaiserreich Österreich entsteht somit. Kaiser Franz II. löste in den 1800er Jahren, 1806, das Heilige Römische Reich, nachdem es vor über 1000 Jahren mit der Kaisergrönen Karls Großen in Rom am 25. Dezember im Jahr 800 entstanden war, auf. In zahlreichen Ländern, wie zum Beispiel Spanien und Tirol, kam es in den 1800er Jahren, im Jahr 1809, zu Aufständen und Kämpfen gegen die französische Fremdherrschaft und der mit Napoleon verbündeten Staaten. Besonders bekannt wurde der anfangs erfolgreich von Andreas Hofer angeführte und später gescheiterte Tiroler Volksaufstand gegen die bayerisch-französische Besetzung Tirols und Aufstände in Spanien. Natürlich konnte schließlich durch ein Bündnis von europäischen Großmächten in 1810er Jahren besiegt werden und starb dann in der Verbandung auf der Insel Helena im Südatlantik. Entscheidend für die Entmachtung Napoleons war, Frankreichs Niederlag im Russland Feldzug 1812, in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 in Deutschland und in der Schlacht bei Wartolo 1815 im heutigen Belgien. Der österreichische Kaiser Franz I. lud 1814 bis 1815 die Vertreter der ungefähr 200 europäischen Staaten und Städte nach Wien zu einer Versammlung, dem sogenannten Wiener Kongress ein, um über die Neuordnung Europas nach der Niederlage Napoleons zu beraten. Die europäischen Großmächte beschlossen, die politischen Zustände und Grenzen von 1789, der Zeit vor der Französischen Revolution, möglichst wiederherzustellen. Man spricht vom Prinzip der Restauration. Die Herrscherfamilien sollten weiter an der Macht bleiben und sich gegenseitig gegen Aufstände der Bevölkerung unterstützen. Zahlreiche Herrscher schlossen sich zur sogenannten Heiligen Allianz zusammen. Dieses Bründnis wurde zunehmend durch die Gegensätze und unterschiedlichen Ziele der europäischen Mächte geschwächt und zerbrach dann endgültig um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Nationalismus und die sozialen Probleme als Ursache von Revolutionen.